Jo, mein Name ist Elgier, Videoblog Nummer 2 und heute erforschen wir die Frauenwelt. Und zwar haben wir hier ein folgendes Problem. Hier ist so eine nette Dame bei Facebook und ich schreibe mit der jetzt schon seit, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so. Die will sich nie treffen, weil sie angeblich Jungfrau ist und nicht so eine ist. Die ist nicht so eine. Ich habe aber erfahren, dass drei meiner Kollegen die gebumst haben und die will sich nicht heute, die kommt morgen hier hin und dann werden wir eine Kamera hier installieren und dann guckt euch das einfach an, was wir dann machen. Okay, also bis morgen. Okay Leute, jetzt sind wir hier mit den Tatverdächtigen einmal, das ist der Noel, der hat die auch gebumst. Hast du die gefickt? Ja, habe ich. 100% Bruder. Die ist, bist du sicher, guck auf Facebook, ist die das? 100% siehst du. Hast du die gebumst, IG? Sowieso, Alter. Die haben die gebumst, die haben die gebumst, die haben die gebumst, die haben die gebumst, die sagen zu mir, Jungfrau, warum? Bin ich so ein schlechter Mensch, dass du mir was vorspielen musst oder was? Aber es ist, Firus hast du die auch gebumst oder was? Nee, Alter. Sie, Firus hat die ausnahmweise mal nicht geblickt, aber egal. Drei Leute haben ihn geblickt, jetzt sind mir die Jungfrau. Ja? Was soll das denn, Kinder? Aber wir wollen das Spiel natürlich mitspielen. Wir werden jetzt eine Kamera oben verstecken, undercover. Und dann könnt ihr mal LJ sehen, wenn der ein Date hat, wie nett der ist und so. Also, check it out. Okay, Leute, ich glaube, ich habe die Kamera jetzt nicht bewegt, allzu groß, ihr könnt mich jetzt sehen. Die Dame ist vor der Tür, ich hole die rein und dann verarschen wir die ein bisschen, okay? Alles klar, ich passe auf. Ja, geil, setz dich. Willst du was trinken? Wir haben Wasser. Wir haben jetzt ganz ehrlich, ne? Ja. Hast du mir ja geschrieben, was stimmt das? Ja. Jungfrau? Ja, wirklich. Du bist Jungfrau? Ja. Das erzählst du nicht einfach so? Nein, bin ich echt. Okay. Korrekt, nicht cool. Ja. Ich habe letztens ein Video gesehen, das war von Hannah. Echt? Ja. Killer. Ich habe ein SMS bekommen. Okay. Hat dir gefallen? Warte, eine Sekunde. Hallo? Yo. Ja, ich bin schon, bist du da? Ja, komm rein, ich bin drin. Ich bin drin, komm rein. Okay. Alles klar. Ey, Kollege von mir, komm kurz eine DVD abholen. Und dann haut er wieder ab, okay? Sorry. Kein Problem. Du kannst, du bleibst hier nicht. Wer wird uns schon nicht stören bei unseren nächtlichen Gesprächen? Ja, ich mache Spaß. Man kann keinen kriegen. Ja und dann. Alles geht, alles klar? Es geht, brother. Es wird's. Ja. Das ist ja Noelle. Das ist die... Und, ähm, ich hole eine DVD, warte ganz kurz, okay? Ja, von Facebook. Von Facebook? Ja, aber sag doch nicht, dass wir uns kennen, ne? Nein, keine Probleme, mach dir keine Sorgen, ich sag dir nichts. Okay. Wer soll nicht so scheiß von mir denken? Ja. 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 Ey, die liegt hier auf dem Tisch, ey. Hier, Mann. Sag es doch direkt, Mann. Ja, du siehst sie doch, Alter. Was ist denn was mit dir? Tschüss, ich bin weg. Tschüß. Oh, du ruf dich an, Alter. Bis dann. Okay. Auf meinen tollen Fernseher da oben? Mhm. Okay. Was willst du denn sehen? Was ist denn da? Alles. Porno, Arschparade 1 bis 9. Nein, Spaß. Ich vergiss immer, dass du Jungfrau bist. Ja. Weißt du, wie ich mein? Dann mach ich halt immer so blöde Witze, nicht ernst. Weißt ja, wie ich bin hauptsächlich, oder? Mhm. So. Ganz kurz. Ja. Ja. Ach so, ja, die hab ich auf den Stick gezogen. Ja, gut. Ja, ich bin im Studio. Ja. Draußen jetzt direkt bist du? Ja, gut. Ja, komm rein. Ich bin da. Alles klar, okay. Okay. Jemand muss nen Beat abholen. Ey, ich hab... Das ist eigentlich nicht mein Problem. Aber der Kollege ist jetzt nicht hier. Der Virus, weißt du? Und ich muss ihm kurz nen Beat geben. Der haut aber auch direkt wieder ab. Es geht ab. Es geht ab. Es geht, Bruder. Alles klar? Das ist der Emrah. Das ist die... Bruder. Wer hat das auf nen Stick, hat er gesagt, ne? Warte mal. Ganz kurz. Ich hol den. Eine Sekunde. Der ist wahrscheinlich im Auto. Ich geh raus. Ich hol den. Eine Sekunde, ja? Ich hab Zeit. Was machst du hier? Ich hab mich schon mal auf der getroffen. So, so, so. Mhm. Und weißt du, dass du uns kennst? Noch nicht. Nein, sag ihm das nicht. Und was krieg ich dafür? Ja, der soll das nicht wissen. Ja, der soll das nicht wissen. Ich hol's dich auf jeden Fall nochmal an, ne? Äh. Äh. Ich bin schnell so. Yo, die Bruder. Ich danke dir. Wir sehen uns, Bruder. Mach das. Passt auf. Ciao, ne? Ciao. Auch rein. Ja. Also, wo wollen wir stehen? Im Film gucken? Genau. Deine Freundin, ich hab dich auf so'n Bild gesehen, ne? Ja. Ganz kurz. Boah, ich mach mein Handy aus jetzt. Ja. Ja. Ja, hab ich ihn noch gegeben. Ja, Bruder, okay. Ja, die ist hier, die ist hier. Okay. Ja, die ist hier, die Tasche. Okay. Ja, komm runter. Okay, alles klar. Nachbar. Er holt seine Tasche hier ab. Ich mach mein Handy jetzt aus, damit du siehst, dass ich nicht lüge. Ey, ja. Ist das aus? Man stich ja die Tür ab. Okay? Ja und so? Ja. Sollen wir einen Film gucken? Warte, ich such mir einen kleinen Film. 96 Hours können wir gucken. Ja, ja. Das ist gut. Ich hab nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der ein guter Quali ist. Ja. Ey, Bruder. Was geht denn? Was geht? Was geht? Das ist klar. Das ist mein Bruder AJ. Ich weiß ja nicht. Ihr kennt euch mit Sicherheit nicht. Denk ich mal. Ne, wie denn auch? Was ist denn hier für eine scheiß Show auf euch? Der wird mich verarschen. Warum? Ja, sie werden mal erwachsen. Warum? Ey, warte mal. Warum? Wohin? 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 Nein, bleib mal hier. Wohin, du Hohenschnapp. Wohin, du Hohenschnapp. Wohin, du Hohenschnapp. Was so Hohentöchter es gibt. Wohin, du Hohenschnapp